KUTAN Immobilien Seit über 25 Jahren Für tausende von Kunden Meine Nummer 1 In Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim KUTAN Immobilien Pressekonferenz zum Heidelberger Herbst 2016 Am 24. und 25. September Feiert die Stadt zum 47. Mal Ihr überregional bekanntes Stadtfest Welche Programm-Highlights stehen diesmal an? Der Geschäftsführer von Heidelberg Marketing GmbH Matthias Schiemer weiß mehr 47. Heidelberger Herbst Was gibt es Neues? Wir haben in der Stadthalle dieses Jahr erstmalig den Tag des Tanzes am Samstag Wir werden von 14 Uhr bis 0 Uhr die ganze Stadthalle bespielen für Jung und Alt Wir werden sämtliche Tänze vorführen Wir werden Leuten ermöglichen dort zu tanzen Wir haben dort DJs von der Tanzschule Nutzinger und sämtlichen anderen Tanzverbänden die sich ein ganz tolles Programm haben einfallen lassen Wir werden weiterhin den Jubiläumsplatz bespielen beziehungsweise nicht wir sondern die Neu-Heidelberger Wir werden dort ein tolles Programm haben auch für Jungen und Alt Wir haben den Kranenplatz für die Jungen für die ganz Jungen die dort spielen können die dort Hupfburgen vorfinden Wir haben Theaterplatz die Breitenbach Studios die sich ein ganz tolles Programm haben einfallen lassen Heidelberg Marketing und Heidelberg Event werden komplett den Karlsplatz bespielen die ist dadurch begründet weil wir da einschreiten mussten weil die Gegenwartskultur uns leider kein Programm haben liefern können wir hoffen, dass dann nächstes Jahr wir zusammen mit der Kultur dieses schaffen werden Wir haben ein ganz tolles Programm mit Radio Regenbogen 2 dort aufgestellt am Karlsplatz und Ja, wir werden weiterhin am Stadtteil Neuenheim unten am Neckarufer den Heidelberg Achter wieder ins Leben rufen beziehungsweise nicht wir sondern die Ruderclub zusammen im Stadtteilverein das wird am Sonntag stattfinden von 9 bis 16 Uhr ganz tolles Programm aber auch der verkaufsoffene Sonntag darf nicht zu kurz kommen er hat ja letztes Jahr richtig gut eingeschlagen den werden wir dieses Jahr wieder so vollziehen und ich gehe mal davon aus dieses Potpourri zwischen Amüsement und zwischen Bühnen und zwischen Musik und dem Einkaufen das wird wieder ein toller Erfolg natürlich wollen wir auch das schöne Wetter aber ich glaube da haben wir in Heidelberg gut Glück und hoffen doch dass wir einen ganz tollen Heidelberger Herbst haben und wir auch von der Sicherheit und 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 uns keine Sorgen machen müssen wir sind gut vorbereitet alle Institutionen haben hier zusammen gewirkt und dementsprechend freue ich mich auf den Heidelberger Herbst wer sich für die alternative Gegenwartskultur interessiert sollte den Theaterplatz im Blick haben die Breidenbach Studios bespielen den Platz Birg Bauer von den Breidenbach Studios Hallo ich bin von den Breidenbach Studios in Heidelberg und wir bespielen den Theaterplatz dieses Jahr beim Heidelberger Herbst und wir bieten der Gegenwartskultur einen Platz bei uns und vielen Bands aus der Region kleine Bands Singer Songwriter auch DJs und haben ein tolles kulinarisches Programm auf dem Platz das junge Studenten junge Familien und Leute die sich einfach in der Oase entspannen wollen ansprechen soll wir sind quasi zwischen den Hauptverkehrsadern der Blöck und der Hauptstraße eine kleine Oase unter riesigen grünen Bäumen am Theaterplatz und freuen uns auch auf die Kostümversteigerung des Theaters die auch bei uns auf dem Platz auf der Bühne stattfinden wird kommt vorbei genießt mit uns und entspannt euch in unserer kleinen Oase ganz kurz halt das Motto ruhig nochmal so auf der Bühne los die der die die